willkommen zu einem weiteren unboxing auf meinem kanal schön dass du wieder eingeschaltet hast und heute gibt es die neue panini fifa 365 premium serie leute ich habe fünf booster für euch heute am start insgesamt 50 karten insgesamt fünf limmys insgesamt 15 special karten leute weil in einem premium booster sind auf jeden fall immer safe drei spezialkarten das könnte eventuell sogar eine wehrkarte sein wir werden es herausfinden leute vielleicht ziehe ich eine wehrkarte in diesen fünf boostern dann haben wir auf jeden fall noch eine limmi immer mit dazu und ich weiß gar nicht welche limits es gibt leute deswegen ist es für mich auch eine überraschung welche limitierten auflagen wir jetzt hier gleich ziehen werden ich habe fünf päckchen am start so sehen die booster aus hier mit kurke mit gabriel tresus blaze madridi und tiago alcantara und ich würde sagen ich schnack nicht so lange rum leute sondern wir gehen gleich rein und unboxing oder let's go man let's go ich bin gespannt welche limmys jetzt hier gleich ja mich angucken werden als erstes haben wir hier die club and country karte von giorgio chelini und andrea basag die beides italiener beide bei juventus turin unter vertrag und deswegen haben sie eine club and country karte bekommen und hier haben wir kurke als premium limmi ihr könnt gerne eure meinung mal zu diesem premium limmi unten in die kommentare schreiben ich sag mal so die premium gold limmi finde ich geiler muss man so sagen und die normalen limmi finde ich auch geiler die normalen limmi finde ich sogar noch am besten von allen dem ist dieses 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 jahr gibt in der fifa 365 serie so auf jeden fall hier die erste premium limmi kurke von atletico die lege ich mal hier unten in dann haben wir das napoli logo dann haben wir noch einen samuel gigot von spartak spartak moskau und base karten sind natürlich auch in diesen packs zack 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 gehe ich hier einfach mal schnell durch weil die base karten haben wir jetzt eh schon alle sehr sehr oft gesehen in den videos deswegen gehe ich da einfach mal ein bisschen schneller durch und wir starten wieder mit so einer karte das ist aber keine club and country karte sondern das ist eine attacking trio karte von real madrid mit asensio mit benzema und mit gareth bale sehr sehr geil dann haben wir hier tiago der auch eine premium limmi bekommen hat vielleicht sind haben alle spieler die hier vorne drauf sind eine premium limmi martuini und resus fehlt mir noch kurke und tiago habe ich jetzt gezogen ja zack zack vom fc bayern münchen natürlich gar im benzema als fans favorite und dann noch ein saliv sané von schalke 04 das waren die power karten base karten hier bernardo silber akadius milik barrios man zu gitsch metzson und roman zobnin von spartak moskau drittes päckchen drittes päckchen und wieder wahrscheinlich sind die immer gleich eingetütet so kommt mir das jetzt vor also von der art der spezialkarten jetzt haben wir nämlich club and country kimmich und müller beides deutsche nationalspieler beide bei bayern unter vertrag und deswegen gibt es diese karte kalidu koulibaly hat hier eine premium limmi bekommen alles klar 98er defense wert die stärkste limmi die ich heute in diesem premium unboxing bekommen habe sehr schön dann haben wir hier einen danilo perreira und was ist das für eine geile karte ich glaube die habe ich noch gar nicht gezogen 28 mal deutscher meister der fc bayern münchen mit robert lewandowski haben es rodriguez und thomas müller die sechs base karten hier dieses mal einfach mal ganz kurz so zack zack auf den haufen viertel späckchen gehen wir rein mit real madrid mit der defensive wall nämlich kamachal ramos und keila navas und so ist es leute gabry jesus derjenige der auch vorne auf dem booster ist bekommt ihr die nächste premium limmi ich glaube jesus hatte ich schon mal bei meinem premium gold booster unboxing gezogen gehabt im dumpfries und dann noch hier porto meister und dann hier wieder die sechs base karten hier mit gareth bale unter anderem und ravi martinez kian mbappé also geile base karten auf jeden fall mit am start letztes päckchen was ich für heute am diesel habe ich denke mal es wird noch unboxing battles geben wenn ihr wollt kann ich noch mal also könnt ihr gerne unten die kommentare stellen wenn ich noch mal ein komplettes display davon an boxen soll schreibt gerne unten rein wir machen weiter mit club and country von um titi und usman dem billet toni groß toni toni du bist gold wert der hat einen 99 control wert definitiv verdient geile premium limmi das ist echt mega nice schöner toni groß hier als limmi paris logo dann haben wir auch insigne und dann die base karten hier bam 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 douglas kostner mit am start sergio ruberto leute das war das erste premium unboxing der neuen premium serie der fieber 365 serie leute ein geiler toni groß ist mit am start ich bedanke mich fürs zuschauen wir sehen uns beim nächsten mal haut rein bis zum nächsten mal habe ich jetzt doppelt gesagt Leute haut rein ich bin raus hier ich bin raus ich bin jetzt raus ich bin jetzt raus schaut die anderen videos an die ich hochgeladen habe in den letzten jahren wenn ihr noch nichts jetzt besser was zu tun habt könnt ihr gerne machen ich bin jetzt wirklich raus tschüssi bis zum nächsten mal